ja hoi und willkommen mein name ist dann die rülp und spielgrüß euch zurück zuletzt bei so was meiner sprache ultimate ja wir sind im abenteuer modus und ja ich bin mal ein bisschen hier so weg getrackt und hat mal geguckt wo wir als nächstes hingehen da ist eine treppe ich glaube die führt bis da oben bin aber was soll es da ist auch irgendwie so ein dojo glaube ich oder hier sieht jedenfalls so aus also gehen wir mal da ich habe uns mal einen fall enthalten und habe die ganzen geister hier schon mal hier die aktivitäten alle abgeschlossen eingesammelt und so neue verteilt und ja er wird so viel machen ja das leben schwer alles klar die mama zu wasser riebe keiner mehr sitzt und ja ich habe den in klingen wieder breit es gibt es das besten charaktere mary for the win macht mir jetzt nicht wirklich mir das leben schwer also noch mein gegner leben schwer nehme ich mal an level wird irgendwie verkleinert nicht irgendwie so was passiert ja ja okay wollte ich sowas von das ist wagen wir laut dieser kampf schon wieder so lange ich müsste schon 10.000 mal rausgefahren seien eigentlich man eher beim nächsten stufe 1 ich habe beinahe ausgauern ist hat die ist immer noch am leben das war du vorst aber ich fliege jetzt raus oh mein gott die ist immer noch am leben was willst du eigentlich jetzt mal ehrlich danke oh mein gott herr zu basa uribe west hat vom buch nicht nachgucken doch steht irgendwie nicht dreck ich glaube ich bei einem punkt entfernt um wir beim baum hier wieder zu holen dann lass mal sehen mehr 80 was wollte ich mir noch mal hier steckt stark leicht spezialtechniken wird es hoffentlich ein ganz klein bisschen einfacher machen bomba man doch louis von panchaut denn denn das ist deine lieblings blume will merck meine schokolade sind so ist nur einer von wenigen sprüchen die da ablässt in der pausen war ich kriegte nicht ich denke schon vergessen ich will abhärten dennoch erwiesen der kampf ich habe den nur 20 kapiert gezogen hat ich habe keinen geist ausgerüstet da habe ich gerade der wunder warum das hier alles so schwer ist das spiel eine ahnung hier kann man warum dieser eine kampf hier so schwer war ich habe blind gerade erst wieder zurück holt hier mein gott schon gefragt es muss ja ein bisschen einfacher seine dann sagen ich habe nur 20 kp abgezogen geht doch nicht ich vergesse mal irgendwie ein panzer hat ja guck mal macht doch jetzt schon wesentlich mehr schaden boom konter allein allein ja du hast ein ding schon wieder weg ja oh gott meine tinte war alle mann habe ich die wesen musik dann hört man diese auf den punch out wollte irgendwie als remix immer wieder ein gott muss es so kommen wir hier gefäßt in den ring rein kannst du meinen ring dann bleiben mach mich hier noch platt mach mich hier noch platt mach mich hier noch platt komm her oh nein du willst mich jetzt hier verarschen junge ja den habe ich gerade gesehen danke mehr vorankommen in diesem modus nein ist jetzt noch nicht getroffen wird jetzt macht er mich alle mit einem schlag 30 abgezogen längst nicht als genug schaden ok ich habe gesagt wegrennen mann ich ziehe ja gar nichts ab jetzt ganz orange mein gott ist halt hier weg war der düst auf mich zu es hat einfach ein scheiß man ja jetzt keinen bock mir so einen stress zu machen wenn ich ehrlich bin ich dachte ich bin außer reichweite wann soll ich weiß nicht mehr wo ich hingehen soll noch hier sind bald zu starke gegner also level 3 und 4 schreibe ich doch gar nicht auch schon wieder sehr nervtötend wir müssen ja schon wieder geland sagen wir mal hier lang ja das sieht doch gut aus künfte treffer hoch ja will ich mal gern sehen mitten in die fresse ich mach die brücke so kaputt hä 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 ich hä 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 mein gott wieso kriege ich die eigentlich die raus mit dieser mein gott prima raketen gehört aber hat noch ein bisschen auf level 99 ist dann mache ich fällig jetzt wo ich drüber nachdenke das mal jemand machen übrigens auch ein paar doppelte geister gerade freigesetzt also nicht noch ein bisschen platz ab und so so 5000 damit müsste sich dort reißen lassen oder das neuer kämpfer gut 3 ok so corinne kann zu kämpfen ist immer nervig irgendwie aber irgendwie nichts mit zwei sie nicht mehr gegnern oder so glaube ich die einfach das ding da platzierte ist der wird dagegen also noch nicht mehr so stark wie ich sie in erinnerung hatte erklärt worden einsammelt ganz an nicht da liegen lassen er muss jetzt einsam ein bisschen gegner du musst einsam ist irgendwie nicht so eine große heraus wochen auch damit jetzt mal zurückgeschossen die krise ja danke hast du mal auf mit diesen angriffe das sagt der ja nein nein ich habe mich jetzt hier raus drauf dreck ich habe den einsam das hat muss natürlich wieder davon getroffen werden ja jetzt habe ich auch meinen bekommen super alter warum ist ihre kampf war noch nicht mal so schwer ja sobald ich näher kommen muss er irgendeinen anderen scheiß nicht hier frisst das ist das darf doch nicht wahr sein so ich kann auch was schießen hier frisst das also mal hier gegen zu schießen ja sonst wird sie irgendwie online gegen jemanden spielen irgendwie nur ein angriff spammt jetzt überhaupt nicht nervig wo ich hier irgendwie alles auf die drauf hau ist das hat mein gott ja einige dieser kämpfe so geht aber ordentlich was müssen dabei drei erledigen sollte vielleicht öfter machen jetzt nicht so als hätte ich irgendwie noch so eine große wahl so wer ist das lukas endlich mal ein neuer kämpfer bedingt so halbwegs war anfangen kann aber mal direkt switchen denn ich habe ja gerade gekämpft ganz neben dem stärker salz koren sehr gut ja bei reingefallen habe ich eingesammelt so wenn ihnen die granate in die mine in die fresse das kämpft nun mit kann ich mal mit den lernjuwelen anfangen ich glaube noch nicht nicht mehr new box ct noch erschlecht ob gott das schnarrt dann habe ich doch man das im bus war gegen gar wissensbaum irgendwann um eine verteidigung erhöht es sich oder das mensch doppelt ausführen jetzt gleich gegen explosion und feuer angriffe schnell eigenes mehr schanker verkürzt smash auf der zeit okay schlag items ich weiß nicht weil ich hier wir nehmen soll ja wir haben neuen charakter ist dieses abenteuer irgendwie gibt meinen schein wenn ich 50 charaktere hatte ich mal anhören so viel gerade ja wie soll man den anderen so viel bekommen weil sie auch wieder wegen dinge da müssen wir irgendwann hin so oder so da ist was schönes das war hier versuchen schnarrt thema schwarzen ritters und ausweichliches schicksal ich glaube ich oh gott aber der hat ein drache so wie er schnarrt ist das und wir haben keine ahnung was zu tun sollen habe ich so gefühlt war ich dann nicht schon wieder lange wegen so ein scheiß immer zu frecken naja es war irgendwie größer wenn du mal ein bisschen auf distanz gehen ein ganz kleines bisschen bitte aber dieser level ist allgemein irgendwie kacke ich habe irgendwie immer probleme hat er gesehen wie ich den ausgewichten bin ein paar junge man kannst du mal ein bisschen näher ankommen jetzt jetzt will ich das um näher mich rankommen das ist eine stufe 2 kann auch nicht so schwer sein hallo erwarten ob wir sicher kämpfen falken ab bei bis durch vorburg ist immer direkt hinter mir ja nicht von meiner packe das ist ein scheiß dreck man diese blöde map in der mitte kann es nicht richtig hin oder so ein verkacktes loch ist er und die kommen direkt alle auf ein zug rannt wenn ich jetzt da sich mal davon treffen bis durch hier woher woher der ist immer noch imleben ja es sagt du auch wüsste ich war darunter und dann habe ich da ja schon mann letztens erst bekommen glaube ich weiß dieser bus könnte ich bei einer hand anhaltsstelle bringen super knicks eigentlich gemacht jetzt länger kommen du kannst nicht so stark sein ja diesen kampf hat man auch im ding ist ja den geisterbrett ja wo dadurch lukas habe weil ich kann schön weit entfernt von mir bleiben und das ja machen dann kommst du natürlich wieder voll nahe mich heran schalten irgendwie eine spezielle strategie einmal nicht lukas spieler hat sein und wenn ich auf diese wenn ich so eine konstellation an der stage haben sie immer voll ab und ich muss zu denen kommen halt einfach nur den ja machen tschüss hauptsache fortschritt irgendwie glaube ich keine ahnung ich will noch hier in kommen wenn es geht wo es mehr stelle ist klar kein problem wir hoffen nicht zu machen sein halbwegs und näher sind drei gegner dauerweise die level kann die gegner auch ganz schön erledigen oder mich naja einige von den haben noch gar keinen schaden richtig da sind wir den boden aber wie kommt es dann schick ja noch der eine bewoner hat noch gar kein gar keine ap verloren diesen hat schon wieder hier passiert pur ist mein stück wo es alle gegen einen ist hat er nämlich fragt aber gesehen wie die hat schon ausgewichten ist also schon wieder überhaupt nicht menschlich macht ihr macht ja wie soll es mich eigentlich dahin kann wo auch einige sehr kämpfe richtig brutals übel fick kämpfer können da stehen figur und dies war sehr gut war man könnte immer eine sekunde von mir weg gehen guck mal schick an jetzt überhaupt nicht eine sekunde vorweg dann wird die dinger drei sterne krieg immer noch probleme anscheinend langsam sind wir so viele sachen übrig vorgeht ein ganz kleines bisschen weg von mir kommen ja hey aber ein konstellation haben sie sich auch echt weiß er nicht so das ist für die hardcore spieler was hier eigentlich jetzt der boss habe ich noch nicht hin da kommen du bist du hast einen stern dich würde ich noch fertig machen nämlich besser zu führen muss irgendein glückserlebnis jetzt haben ja das kann auch sollte heute einfrieren und machst du jetzt da kann man so einfach kann abgehen da stehe ich jetzt wieder auf immer noch eine ganze rechte seite ist noch entdeckt ich bin mal gucken bin ich kaotix kaotix und weil ich jetzt mal hier sieht schon wieder ein einfacheren gebiet aus oder was dann für heute leider noch gerne rache üben würde gegen einige gegner neuer neuer charakter leider immer noch ein charakter mit dem ich irgendwie meilenstein freisch halten kann kommen halbwegs halbwegs echocämpfer gegen halbwegs echocämpfer wohlfahrt ein paar andere anrufe als fox und falco ich soll nicht mehr seit broad vorgekommen der körper zehn jahre haben ein stein 20 stunden spielzeit alles klar haben wir das schon mal es irgendwie passen dass ich gerade lucas gespielt stelle eine wiedergabelist in der audiothek kommen machen wir das mal ganz schnell macht erledigt aber ich will erst mal shoppen kura aus street fighter erika aus feiern mit 8 15.000 man schon wieder kein geld wie kommt hat wie kann ich mir so ein ding ist ja erstellen der musik für stage ist fest ich weiß nicht kann man aus wie mich öfter vorkommt was auch nicht so wie meine wiedergabel ist herstellen wie war ich das jetzt mache ich das da ist jetzt im links hat wie soll man nicht gerne wiedergabel ist herstellen kann sie einstellen welches im links ja auch gespielt werden alle hallo ich werde bei dir in der nächsten folge sehen wir uns wieder im witz schon modus klassisch mein gott ja dankeschön für zuschauen bitte du hast den linken abo und kommentar das wäre sehr nett und dann sehen wir uns in der nächsten folge schau ja 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 Vielen Dank.